Hallo Wir können uns über die Allgemeine fahren, zum Beispiel Berlin. Wir wollen in ein Hotel gehen und ein Haus gehen. Wie können wir ein Haus machen? Wie können wir ein Haus machen? Es ist sehr einfach. Wir können uns mit uns ein Stück von einem Film belegen. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Nehmen Sie das Zimmer für eine Nacht oder für mehrere Nächte? Erst einmal für eine Nacht. Die erste Frage ist es. Wenn Sie sich ein Haus haben? Die Frage stellen Sie sich. Wenn Sie sich ein Haus für eine Nacht? Die Frage stellen Sie sich. Für eine Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.